Servus, was wird das, wenn es fertig ist? Ich will da einparken. Einfach weiterfahren. Der ist reserviert. Was für reserviert? Meine Frau, die kommt gerade. Sieglinde, Sieglinde. Sind wir da auf Malarka, wo man die liegen mit einem Haarntitel besetzen kann? Nein, lass mich da jetzt einparken. Ist schon reserviert, tut mir leid. Reserviert ja auch gerne.